Könnte Lord Voldemort den Kuss eines Dementors überleben? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir der Frage auf den Grund gehen, ob die Seele von einem der dunklen größten Zauberer, der je gelebt hat, Lord Voldemort überlebt hätte, wenn ein Dementor den berüchtigten Kuss eines Dementors an ihm durchgeführt hätte. Aber erstmal, was ist eigentlich der Kuss des Dementors? Dementoren sind sicherlich eine besondere Form von finsteren Kreaturen, die es kein zweites Mal gibt. Wenn du über sie gelesen oder sie in den Harry Potter Filmen gesehen hast, fällt es dir wahrscheinlich schwer sie zu vergessen oder zu wissen, wie sie aussehen. Aber nur für den Fall, dass du sie nicht kennst. Dementoren sind gruselig aussehende magische Wesen, die wie Sensenmänner aussehen und eine besondere Kälte ausstrahlen. Auf jeden Fall sind die Dementoren in Harry Potter wie furchterregende Gespenster, die sich mit Vergnügen an menschlichen Seelen ernähren. Dieser schreckliche Akt ist in der Zaubererwelt als Kuss des Dementors bekannt, also das Aussaugen der Seele eines Menschen aus dem Körper. Beim Kuss des Dementors zieht der Dementor seine Kapuze zurück, klemmt seinen Kiefer um den Mund des Opfers und verzehrt dessen Seele. Da die Dementoren zur Bewachung des Zauberergefängnisses Azkaban eingesetzt wurden, ist es keine Überraschung, dass der Kuss des Dementors manchmal als Strafe des Zaubereiministeriums an Verbrechern vollzogen wurde. Es wird sogar gemunkelt, dass der Kuss möglicherweise für das spezielle Verbrechen der Flucht aus Azkaban vorbehalten war, da einige Schwerverbrecher wie Bellatrix Lestrange nie zum Kuss des Dementors verurteilt wurden. Dies erscheint etwas seltsam, da der Kuss des Dementors von vielen Hexen und Zauberern als ein Schicksal schlimmer als der Tod angesehen wird. Vermutlich liegt das daran, dass der Kuss des Dementors das Opfer als leere Hülle zurücklässt, lebendig, aber auch nicht wirklich. Nur ein Körper, ohne die Fähigkeit zu denken oder zu fühlen und der Geist in einem andauernden vegetativen Zustand. Die Hexe oder der Zauberer ist unwiederbringlich tot, jedenfalls in der Seele. Aus diesem Grund wurde allgemein vermutet, dass jeder, der den Kuss an sich durchführen ließ, nicht als Geist zurückkehren konnte, da seine Seele von dem Dementor verzehrt worden war. Es heißt, dass niemand wirklich weiß, was mit der Seele geschieht, wenn sie von einem Dementor verschlungen wird. Im Laufe der Harry Potter Reihe sehen wir, wie die Dementoren den Kuss ausführen oder fast ausführen. Angefangen bei ihrem Versuch, die drei Seelen von Harry Potter, Hermine Granger und Sirius Black in der Nähe des Schwarzen Sees in der Gefangene von Azkaban einzusaugen. Es gibt sogar eine Szene, in der Harry seinen undankbaren Cousin Dudley Dursley vor zwei Dementoren in Little Winging rettet, weit weg vom Gelände vom Schloss Hogwarts und Azkaban. Das bringt uns zur heutigen Frage. Wenn ein Dementor den Kuss an Lord Voldemort angewandt hätte, was wäre dann passiert? Wäre seine Seele in der Lage gewesen, den Kuss zu überleben? Um diese Frage richtig zu beantworten, müssen wir sie schrittweise angehen, indem wir die verschiedenen Phasen von Voldemorts Leben vorsichtig begutachten. Zunächst einmal, wenn der Kuss des Dementors an einem jungen Tom Riddle durchgeführt worden wäre, bevor er zu Lord Voldemort wurde, bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht überlebt hätte. Stattdessen wäre Tom zu einem verwirrten Individuum geworden und der dunkle Lord wäre nie entstanden. Ich glaube, das gilt unabhängig davon, ob Tom ein kleiner Junge war oder der skrupellose gerissene junge Mann, der gegen Ende seiner Ausbildung in Hogwarts wurde. Ich denke, man kann auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wenn ein Dementor Voldemorts Seele aus seinem Körper gesaugt hätte, bevor der dunkle Lord seine Horcrux erschaffen hatte, glaube ich auch nicht, dass er überlebt hätte. Ich meine damit die Zeit vor seinem Aufstieg der Macht in den 1970er Jahren. Davor glaube ich nicht, dass er den Kuss eines Dementors überstanden hätte. Es sei denn, er hätte bereits damit begonnen, einen Horcrux herzustellen und seine Seele zu verstecken, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall führt uns das zu der allerwichtigsten Frage. Nachdem seine Seele so oft gespalten wurde, was hätten die Dementoren überhaupt aus Voldemorts Körper saugen können? Und würde dieser Akt des Kusses der Dementoren ausreichen, um Voldemorts Geist und Seele zu töten, obwohl der Großteil seiner fragmentierten Seele in Horcruxen im ganzen Land versteckt ist? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst eine bekannte Fan-Theorie in Betracht ziehen über Dementoren und Harry Potter. Nach dieser Theorie füllen sich die Dementoren während der gesamten Saga mehr zu Harry hingezogen als zu allen anderen Hexen und Zauberern. Das soll zum Großteil daran liegen, dass Harry mehr als nur eine Seele in seinem Körper hatte. Er trug auch einen Teil von Voldemorts Seele in sich. Das war natürlich die Folge davon, dass Harry einer von Voldemorts ahnungslosen Horcruxen war. Und mit dieser Theorie im Hinterkopf liegt es auf der Hand, dass Voldemort weniger attraktiv für Dementoren gewesen wäre, als jede andere Hexe und jeder andere Zauberer, denn er hatte nur ein Achtel seiner Seele in seinem eigenen Körper. Hätten die Dementoren überhaupt ein Interesse daran gehabt, den Kuss der Dementoren auf den dunklen Lord in seiner fast seelenlosen Form anzuwenden? Oder wäre es eine Verschwendung ihrer Zeit und ihrer Bemühungen gewesen? Ich meine, wenn er die einzige Person in der Nähe gewesen wäre, hätten sie ihn sicher für das genommen, was er hatte, oder? Und was, wenn sie den Kuss zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben an ihm durchgeführt hätten? Was wäre dann passiert? Da Voldemort bereits eine Art Hülle eines Zauberers war, ohne viel Seele. Ein Fragment eines Fragments, wenn man so will. Wäre seine Seele in der Lage gewesen, auf eine Weise zu überleben, wie es eine andere nicht hätte können? Das ist eine besonders interessante Frage, da sein Körper während seines zweiten Aufstiegs zur Macht in den 1990er Jahren aus Blut und anderen ekelhaften Dingen neu erschaffen wurde, speziell um den Teil seiner Seele aufzunehmen, der übrig geblieben war, nachdem sein Avada-Kedavra-Fluch auf ihn zurückgeprallt war, bei dem Versuch, den kleinen Harry Potter zu ermorden. Würde es eine Rolle spielen, dass Voldemorts Körper, das Ding, das die Überreste seiner Seele beherbergte, nicht seine ursprüngliche Form war? Es wäre zum Beispiel möglich gewesen, dass der Körper, der speziell geschaffen wurde, um diesen Teil seiner Seele zu beherbergen und zu schützen, in der Lage wäre, dem Kuss eines Dementors zu widerstehen. Fast wie ein weiterer Horcrux. Ich denke, wenn ein Dementor den Dementorenkuss auf Voldemort angewandt hätte während der 90er Jahre, hätte der Dementor das Stück seiner Seele ausgesaugt und sein Körper wäre in einen vegetativen Zustand verfallen. Doch da Voldemort seine Seele so oft gespalten hatte, um genau so etwas zu verhindern, hätten andere Teile seiner Seele ihn in zahlreichen Horcruxen weiter überleben lassen. Eines seiner Seelenfragmente hätte dann vermutlich wieder in diesen Körper eingesetzt werden können und er hätte weitergelebt. Der Dunkle Lord hätte also aller Wahrscheinlichkeit nach seine vertrauenswürdigsten Todesser angewiesen, was im Falle eines Dementorenkusses zu tun ist, und zwar seinen Körper oder notfalls einen neuen zum nächstgelegenen Horcrux zu bringen und den Teil seiner Seele mit seinem Wirt zu vereinen. Das heißt, auch wenn der Teil seiner Seele, der in seinem Körper war, den Kuss nicht überleben hätte können, hätte Voldemort es überleben können. Es ist kompliziert, aber es funktioniert und Voldemort hätte überlebt. Und das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, du konntest etwas Neues lernen und etwas für dich mitnehmen. Was haltet ihr davon? Glaubst du, dass Voldemort den Kuss des Dementors überleben hätte können? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter wissen.